Das ist wirklich ein ganz, ganz ungewöhnlicher Sound. Irgendwie sowas zwischen Sonate und Salsa, zwischen, oder so wie Mozart macht Urlaub in der Karibik. Also, bevor mir noch andere Scherze einfallen, vielleicht haben Sie diese Musik übrigens auch schon mal gehört, in so kleinen Filmen wie Tom Cruise's Collateral oder dem Film von Will Smith, Hitch, The Date Doctor. Also, was soll ich sagen? Hollywood vertraut Ihnen, die Deutsche Phono Akademie auch. In der Kategorie Klassik ohne Grenzen geht der Echo Classic 2006 an Glass Brothers and Cuba Percussion. Glass Brothers and Cuba Percussion Glass Brothers and Cuba Percussion Glass Brothers and Cuba Per 국민 Glass unos暗 Glass Brothers and Cuba P robbery Scherzerizk Gusion Musik 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 Vielen Dank.